One-Arm-Waiter's Carry. Einmal die Hand aufgenommen. Startet mit links. Wunderbar. Jetzt wir können das Tablett über den Kopf halten. Schultern ins Ohr, Bauch ist fest in einer Linie. Sehr gut. Schultern ins Ohr und dann zehn Meter nach unten. Wenn ihr keine zehn Meter habt, dann könnt ihr gerne fünf Meter hin und her schaffen. Auch ein Meter ist okay. Hohl wieder umdreht. Super wichtig. Schultern ins Ohr. Die ganze Kraft kommt wieder aus der Körpermitte. Sehr schön.